Dicke Eier Dicke Eier Dicke Eier Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute, beziehungsweise jetzt, schauen wir mal von Green Autostrada an. Ich muss jetzt nachgucken, was das ist. Das ist eine mehrsprüngliche Autobahn. Die Herkunft kommt aus Italien. Falls ich da falsch ausgesprochen habe, tut mir leid an der Stelle, tut mir leid. Wir gönnen uns das Ding jetzt aber, ich freue mich schon drauf. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Albums-Maragd ist schon draußen. Allerfälle, in diesem Monat müsste das, glaube ich, kommen. Es gibt sogar eine Box, aber das könnt ihr nur auf Screen-Seite, in der Internetseite, bestellen. Und, ich musste gerade mega lachen, weil Model, bla bla bla, für eure Schulprojekte, hier, der Link, Instagram, ihr wisst Bescheid. Fand ich mega unhaltsam, fand ich mega nice. So, weiter geht's. Also, los geht's. Einmal ein bisschen liegen, ein bisschen treiben und so. Yeah, yeah. Hey. Einmal ein bisschen fliegen, keine Eile, mach lau. Yeah, yeah. Ja, jetzt bin ich ja, jetzt, jetzt bin ich ja, ja, ich gebe schon gleich mal ein Like, ja. Bis jetzt, richtig entspannt, wahrscheinlich wird es ein Huck ein bisschen schneller nach vorne gehen. Aber bis jetzt, jetzt bin ich echt mal entspannt, was es hier kommt. Wir sind jetzt hier, und es kommt nie mehr. Der Moment sind wir, und ich blick zu dir. Der Alltag hält uns fest, der Job und der Stress, aber weißt du was? Komm, wir scheißen drauf. Okay. Ich war jetzt, ich habe jetzt gedacht, es kommt noch ein bisschen mehr Part. Aber okay. Vielleicht kommt doch noch ein bisschen was, es kommt noch ein Break. Naja, mal gucken. Oh, jetzt noch auf Italienisch. Italiano. Interessant. Wahrscheinlich nur ein paar Zeilen. Aber wahrscheinlich solche Zeilen, die jeder irgendwie schon mal gehört hat irgendwo. Ja gut, diesmal waren es italienische Begriffe. Und trotzdem, nice gefloat, geiler. Also, Chili ist wirklich ein richtig Chili-Gabit. Ich glaube, ich muss das wieder trotzdem ein bisschen hochziehen, weil, falls jetzt wieder doch wieder so eine Szene kommt, wo das dann nicht so ist wie normal, dass er da trotzdem was seht davon. Also, falls es wieder hochgekannt wird. Ich weiß nicht, wie das Format heißt. Jetzt ist halt die Frage, wurde die Szene, die hochkant ist, mit dieser Kamera aufgenommen? Oder es ist einfach nur ein Deko-Element? Das wäre natürlich auch mega nice. Ja. Komm, wir scheißen drauf. Yeah. Autostrada. Richtung Weite, Richtung Richtung Richtung. Und wir steigen aus. Yeah. Ich bin nada. Einfach dich und diese Lichter. Und wir bleiben da. Yeah. Baby, come on up. Komm, wir bleiben da. Yeah. Yeah. Baby, come on up. Jetzt bin ich richtig nice überrascht. Richtig geil. Also, richtig guter Track. Kann man sich echt gönnen. Wenn du wirst, dann auch geladen. Letzten Monat. Na gut, nicht letzten Monat vor zwei Wochen. Aber auch trotzdem fast eine halbe Million Aufrufe. Nicht schlecht, ey, Herr Specht. Für, na gut, er hat doch über 300.000 Abonnenten. Aber trotzdem echt nicht schlecht. Und Likes Disney-Verhältnis ist auch relativ sick. Also, kann man echt nicht meckern. Props dafür, auf jeden Fall. Wir machen den Tag zu uns am besten. Alles rundherum vergessen. Das, was zählt, ist unser Lächeln. Komm, wir bleiben da. Echt? Also, oh, das Musik. Wieder, wieder. Ist schön. Schön gemacht, das Ding. Alle, oh, das. Alle, schön in Szene gesetzt, natürlich. Sehr schön. Ich werde wahrscheinlich das Video nicht hochladen können. Beziehungsweise, wenn ich später habe, wird es gesperrt. Ich habe gerade mitgekriegt, ich habe es doch etwas verlängerer laufen lassen. Also, ich hätte vielleicht dürfen. Na ja, mal gucken. Das Problem ist, wenn ich, ich habe ja eigentlich ohne Grund die 20-25 Sekunden-Regel, dass ich da immer Stopp mache. Weil ihr seht das hier unten. Hier. Music Factory. So, das sind halt die Leute, die gern die Videos sperren lassen, wenn die mitkriegen. Aha. Da verwendet jemand das Werk. Und wenn die das nicht wollen, sperren die das einfach. So ist das halt. Deswegen mache ich auch zu manchen Künstlern keine Reaktion, weil ich genau weiß, es wird gesperrt. So. Es gibt natürlich Leute, die machen das trotzdem und es wird nicht gesperrt. Aber gibt es dann andere Faktoren, was die dann gemacht haben oder so, was ich nicht machen möchte. Es ist wirklich ein Extrem. Es ist wirklich ein Extrem. Extrem guter Song. Chillig. Verstehe ich drauf. Also, finde ich gut. Gibt es echt fette Props dafür. Wie ich es gesehen... Jo. Wie ihr es findet, kenne ich meine Kommentare, meine kleinen Trinken. Wenn ihr natürlich den Künstler unterstützen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr dazu habt. Ihr müsst das Ding kaufen. Hier. In dem Sinne. Natürlich alles verlinkt in der Infobox. In dem Sinne. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, dann. Macht irgendwas Sinnvolles. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.